Ein Wechselbad der Gefühle an den Börsen. Wir hatten gestern noch darüber gesprochen, dass die scharfe Bewegung bei den Indizes, beispielsweise wie hier bei Dow Jones, sehr stark nach unten eben ist. Ich gehe hier auf diese Bewegung ein, die wir seit dem 18. hoch haben, hier runter bis zum 22. Dann gestern eigentlich eine ganz gute Entwicklung für die bullische Seite zumindest mal, die Aufwärtsseite, danach das Einbrechen. Jetzt geht es wieder hoch, es ist und bleibt spannend. Eigentlich ist damit noch nicht wirklich was gewonnen oder verloren für keine der beiden Seiten. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit ihr auf kleineren Endgeräten das noch mitverfolgen könnt. Das ist hier die scharfe Bewegungsrichtung und jetzt ist es entscheidend, kriegen wir hier eine ABC. Und ganz wichtig, triggert er die untere Seite. Dann ist mindestens das hier sehr, sehr typisch, wenn nicht sogar noch eine Ausweitung nach unten. Platz wäre ja da, nochmal kurz der Hinweis, das wäre jetzt erstmal nur so diese letzte Aufwärtsbewegung in der Korrektur. Das kann durchaus sogar noch eine Nummer größer werden. Also Platz wäre entsprechend auf jeden Fall da gegeben. Aber ihr seht schon, dafür müsste der Kurs ja erst nochmal nach oben kommen. Im Moment tut er das und allerdings, wichtig, ganz wichtig, anschließend auch nochmal nach unten. Also nur das eine reicht nicht. Wir brauchen tatsächlich beides, um das Ganze wirklich zu bestätigen. So, ist damit das bärische Bild besiegelt? Naja, ich habe es ja gerade gesagt. Nein, natürlich nicht. Dafür müsste er erstmal da noch ein bisschen höher gehen, anschließend hier unten durchgehen. Das ist ganz wichtig. Was wäre denn das bullische Bild? Das bullische Bild ist, wenn er jetzt hier steigt. Ja gut, dafür muss ich nicht studieren, das ist immer das bullische Bild. Ja, aber wie kann man davon profitieren, ist das Entscheidende? Und das ist wieder eigentlich Strich nach Vorschrift. Nämlich, solange die Aufwärtsbewegung stark ist und die Abwärtsseite schwach bleibt, kann man sagen, naja gut, dann bleiben wir da nochmal auf der bullischen Seite eher dran. Im Moment deutet sich das so ein bisschen an. Minute ist zugegeben ein sehr kleines Bild. Da muss man nicht die allerhöchste Aussage Sicherheit daraus erwarten. Eine Nummer größer finde ich eigentlich ganz praktisch. Aber sobald wir das wieder haben, dass wir wackelig in die Richtung gehen, kann man da versuchen, in den Markt reinzukommen. Gucken wir mal auf dem S&P. Denn den hatten wir ja gestern auch in diesem Bezug hier auf dem Plan. Scharfe Abwärtsseite, jawohl. A, B, C wäre klasse gewesen. Ihr seht hier, da hatte ich noch meinen Trigger von gestern. Ich habe ihn extra nochmal drin gelassen. Und der ist bis jetzt nicht getriggert worden. Also noch überhaupt keine Chance hier für die Short-Seite. Der Kurs inzwischen wieder runter. Und ich male das mal ein bisschen nach. Und dann sieht man zumindest mal etwas, was ein bisschen auffällig ist. Dieser Rücksetzer hier und dieser Rücksetzer hier sind überschneiden. Das heißt, selbst wenn der hier nochmal hochkommt, hätte man hier noch einen verspäteten Trigger. Insbesondere, wenn es dann zügig runter geht und wackelig nach oben. Also ihr seht, das Spiel bleibt das Gleiche. Das ist übrigens hier genauso wie in dieser Richtung. Wir können das hier sogar noch ein bisschen deutlicher sehen. Auf dieser Seite Schub runter. A, B, C in die Richtung. Und ihr habt eine Idee A. Das ist die Richtung, die sich nochmal fortsetzt. Auch mindestens mal so, aber vielleicht auch mehr. In diesem Fall war es ja durchaus noch ein bisschen mehr. Ihr seht, das Spiel ist immer das Gleiche. Und wir müssen nur gucken, in welche Richtung es gerade gespielt wird. Aktuell, im 5-Minuten-Chart geht der Kurs nach oben. Das heißt, die Aufwärtsrichtung macht in diesem kleineren Zeitfenster durchaus Laune. Bekommen wir jetzt das Wackelig auf der Abwärtsseite, dann wäre das das Indiz hier gegebenenfalls vorläufig nochmal long zu gehen. Also für all die Intraday-Händler, die sagen, da will ich doch keine Bewegung verpassen. Achtet auf sowas. Wenn ihr das bekommt, habt ihr eine ganz gute Chance. Es kann natürlich sein, dass sowas mal ausbleibt. Nochmal ein kurzes Beispiel. Hier hatten wir das relativ gut. Und zack, dann hier diese A, B, C und danach die Fortsetzung. Hier hatten wir das nicht. Da hatten wir nicht wackelig runter, sondern sind wir einwellig runter. Und trotzdem ist der Kurs gestiegen. Also bitte nicht sagen, das muss immer so sein. Umgekehrt. Wenn es so ist, dann würde es passen. Also achtet vielleicht auf diese Zusammenhänge. Ich drücke euch dafür beide Daumen und sage alles Gute. Liebe Grüße. Bis dann. Ciao, ciao.